Wer hättest du? Äh... Von vorne oder was? Ja, vorher. So, schönen Tag. Ich wurde nominiert. Von wem ist das Regal zu so ein... von mir persönlich gesehenes scheiß Action-Spiel, das darum geht's, das Bier auf Axe auszutrinken und jemanden zu nominieren. So, Spielzeug gefällt mir, gefällt mir aber gar nicht. So, quasi... hab ich mir so gedacht, nimm mich nirg erst mal gar kein. Weil ich scheiß auf die Hook rein. Ähm... Wie ihr jetzt seht, denkt ihr wahrscheinlich, ihr seht nicht richtig... äh, ihr seht... nicht richtig, aber... Aki war doch so ein Scheiß. Ja, ich meine, du... Scheiß auf die Hook rein, wie ihr gesagt, kein Zeichen noch. Schönen Tag noch.